Terrasseleistern Pokémon mit den Typen Psycho und Fee existiert seit der dritten Spiegelation und vor Veröffentlichung der sechsten Spiegelation besaß es ausschließlich den Typen Psycho und danach kam es dem Typen Fee hinzu. Es kann sich zu Kirlia weiterentwickeln, welches sich entweder zu Gadoa oder zu Galagladi entwickeln kann. So Gadoa als auch Galagladi sind zudem zu einer Megaentwicklung fehl. Atrassele ist ein kleines zwarbeiniges und humanoides Pokémon, das hauptsächlich weiß gefärbt ist. Das Psycho-Feen-Pokémon besitzt einen auffälligen roten Kopf, der einem Helm ähnelt. Die beiden Hörner sind von breiter und flacher Gestalt, sie weisen jeweils nach vorne und nach hinten. Seine Hörner färben sich dabei rot, der Kopf an sich ist grün und mit schwarzen Dünnstreifen gemustert. Das Gesicht besteht aus den nicht immer sichtbaren Augen und dem kleinen Mund. Die Augen setzen sich dabei aus weißem Lederhaut, roten Irin und schwarzen Kupillen zusammen. Der weiß gefärbte Körper ist sehr schmal und wird zu den Füßen hin immer breiter und an den Seiten wachsen die dünn langen Arme. In der Schein-Form sind die Hörner minimal heller gefärbt. Und der Kopf ist hellblau und der Körper leicht violett. Trasslers planet, sobald ihr Körper sorgt dafür, dass es keine einzige physische Attacke regulär erlernen kann. Jedoch verfügt die Übergabnisvolle Kräfte, welche es in starke spezielle Angriffe wie Psychokinese oder Traumfresser vom Typ Psycho- oder Mondgewalt von den Typen gießt. Zudem beherrscht es wie auch bei anderen Psycho-Profenern üblich vielfältige Statusattacken, die seine kunstvollen Fähigkeiten demonstrieren. Eine Spezialität ist Teleport, mit dem es sich über große Strecken fortbewegen kann. Das Wofenband unterstützt Partner mit Heilwoge, schirmt sie mit Reflektor gegen Feinde ab und man sagt, dass Trassler könne in die Zukunft sehen, was sich in der Attacke sehr manifestiert. Die meisten Exemplare verfügen über die Fähigkeit erfassen, welche die Fähigkeit des Gegners kopiert oder Synchro, welche Statusveränderungen wie Paralyse an den Gegner weitergibt. Beide hängen mit dem gespürten Trasslers für sein Gegenüber zusammen. Manche Trassler verfügen zudem über die versteckte Fähigkeit Telepathie, mit der es die Absichten von Mitstreitern erkennt und zu deren Attacken ausweichen kann. Wilde Trassler sind sehr selten anzutreffen. Sie fühlen sich in blumenreichem Graswohl, in welchem sie sich verbergen können und bestreifen die Wiesen von offenen Ebenen wie der Rute 1 und 2 in der Hirnregion. Es gibt Beobachtungen von Trassler, welche in kleinen Familiengruppen gemeinsam mit Kirilla und Gwadorov zusammenleben und bei Teleport umherreißen. Das Pokémon zeigt ein sensibles Gespür für die Emotionen anderer Pokémon und Menschen. Es nimmt diese über die zwei Hörner an seinem Kopf wahr. Wenn es Feindseligkeit verspürt, versteckt es sich, deswegen bekommt man Trassler auch nur Raten zu Gesicht. Merkt es jedoch, dass jemand guter Laune ist, gewinnt es Zutrauen und nährt sich. Es wärmt sich an positiven Emotionen und ist ebenfalls gut gelaunt, wenn es eine solche erspürt. Dabei stellt Trassler den ersten Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar, kann sie zu Kirilla entwickeln, welcher sich entweder zu Gadorov oder zu Galagladi entwickeln kann. Die Entwicklungsreihe stellt das Aufwachsen eines menschenähnlichen Kleinkindes bis zu einem erwachsenen Menschen dar. Farb- und Formgebung verändern sich dabei jeweils nur minimal. In der Spiele-Hauptreihe wird die Entwicklung von Trassler zu Kirilla durch das Erreichen von Level 20 ausgelöst. Von Kirilla zu Gadorov auf Level 30 oder zu Galagladi durch einen Funkelstein. Und jeweils die Mega-Entwicklungen jeweils mit einem Gadorov-Need oder einem Galagladi-Need. Und mit der Typenkombination aus Psycho und Fee ist das Pokémon immun gegen Drachenattacken. Er nimmt Viertelschaden gegen Kampfattacken, Halbenschaden gegen Psychoattacken und Doppelschaden gegen Giftgeist und Stahlattacken erst nach normalen Schaden. Von der dritten bis zur fünften Generation, in der es den Feentypen noch nicht hatte, nahm es Halbenschaden gegen Kampf- und Psychoattacken, Doppelschaden gegen Käfergeist und Unnachtattacken und der Rest nach normalen Schaden.